die letzte folge ist das jetzt hier vor der 100 so alter scheiß skelett ist darum skelett vorne hier oben haben wir danach geschauten ist nix hallo nein okay das war erlaubt ich flicke den weg und dann gehe ich wieder zurück haben so einen endlosen gang mehr für die nächsten 100 folgen das wird es das wird sich das wird sich gut machen hier okay tue ich mal ist wieder zurück müssen nämlich die vorbereitungen treffen ich weiß es nicht auf heute die richtige letzte folge ist gleich ist heute auch 98 oder folge vielleicht ist auch wirklich schon folge 99 bin mir dann immer nicht so genau sichern wenn man lange aufgenommen hat dann ist man sich ehrlich nicht nicht mehr sicher so es kann sein dass ich jetzt auch schon folge 100 drehe würde ich aber sagen dann würde ich sagen 99 99 5 würde ich dann sagen dass die folge da auch noch irgendwie dazwischen gibt gibt stoppt wird so wir haben jetzt hier noch die rest den rest der tools waffen dann würde ich mal sagen geht es los zur ernte müssen ja auch wieder ein bisschen ernte betreiben das sollte man nur tagsüber machen war nachts über der die bösen leute kommen haben wir den unten jemanden im keller niemand gut demnächst die überall fackeln sind ist vor uns ja auch niemand traurig doch das ernten wir gleich auf jeden fall ab jetzt mal hier oben melonen kürbis man ja wie viele und wie schnell das geht das ist ja was schlimm das ist ja ich möchte sehr gerne melonen haben ich möchte sehr gerne melonen haben aber es gibt ja schon mal keine dagegen wie in diesem scheiß biom so und hiermit wird nun aus einem kürbis 17 18 19 2 21 kürbisse 21 stück leute und dahinten schon wieder ein ex man ja sogar zwei jahre schnell hier so du hast noch kein eigenes mensch das geht echt nach doch du hast mir nicht weg gleich dass jetzt ein nein bis immer noch alleine du hast mir leid du tust mir leid ich kann ja wenn ich hier durchgehe die tür zu machen ohne dass ich da feststecke so ich würde sagen erstmal diese hälfte hier es wächst zu schnell das getreide hier wir haben so viel getreide jetzt ne wir haben so viel getreide echt das ist unglaublich viel zu viel getreide geste diamonds viel zu viel getreide echt wow die musiker aufgelegt klasse jetzt wo die sonne geht unter scheiß krüfer können hier sich durch den zorn überspringen naja werden aber genug hier und dann haben wir hier wirklich sehr viel zombies können hier nicht rein aber creeper können sich hier in den rändern sprengen das ist nicht schön das ist nicht schön da haben wir ja vor einigen folgen die erfahrung gemacht dass das funktioniert ich glaube das ist das reicht hier sogar für die ganze seite hier ich hab noch so viel ich esse jetzt das rote fleisch weil wir das eh nicht brauchen so in den bündel bündel So, alter Finne, wie viel das hier ist, und wir haben einfach nochmal 57 für fucking Samen. Für ihn da hinten vielleicht. So. Hier drin ist niemand. Und gut, kann er der Scheiß hier zurück. Wobei, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Und das geht mal ganz kurz in die Verarbeitung. So. Perfekt. Wir haben verdammt viel Brot. Oh, da hinten sind Viecher. Das sind eklige, fettfettige Monsterviecher. So, gehe ich mal ganz kurz schlafen. So. Okay. Guck mal, die Küche haben wir auch lange nicht mehr betreten. In der Küche haben wir einen direkten Blick aufs Umliegende hier. So, jetzt haben wir hier schon mal unseren kleinen, unseren kleinen, unser kleines Dorf hier gebastelt. Mit einer Mine, mit einem Lagerhaus, mit einem Turm, mit einem Eisengolem-Haus. Ähm. Ja. Und du bist auch ganz niedlich, ne? Ich weiß nicht, wie das alles von oben aussieht. Ich würde dann hier unten mal den Weg machen. Genau. Wir haben zu viel Kabel. Wir machen jetzt den Weg da unten in den Boden vom Turm machen wir aus Kabel. Ganz einfach jetzt. Hoffentlich reicht das. Scheiße. Egal. Wir werden den Boden auch endlich mal hier ordentlich und gerade haben. Den, 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 den. Ehm. So. 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 da oben. Ah scheiße. Ich muss dann wieder hier 16. Mal sehen, ob ich 16 reichen. Ich bin mir nicht sicher. Aber eigentlich sollten 16 reichen. 16 müssen reichen. Fast perfekt. So, damit haben wir das hier auch. Jetzt haben wir einen schönen Boden für unseren Turm. Oder mal Zeit. Und hier. Gut, damit hat es perfekt gereicht. So. Stecken wir das wieder hier zurück. Das Essen kommt hier rein. Und zum sonstigen Zeugs kommt das hier raus. Das hier rein. Ah ne, das habe ich bei Waffen reingetan. Mensch. Kommt bei Tools rein. Damit haben wir das jetzt auch. Inventar ist sauber. Gehen wir mal nach oben auf den Turm. Essen während der Zeit. Und dann. Ach ja. Dann ist es so weit. Damit haben wir das dann geschafft. Wir haben gute 100 Folgen. Wenn jetzt noch eine oder zwei Folgen fehlen. Egal. Wir haben jetzt gute 100 Folgen geschafft. Ich habe heute das Fleisch aufgegessen. Gibt es nicht mehr Hunger. 26, 20. Joa. Geht ja noch. Und ich bin tatsächlich froh, dass wir es. Ich bin erstaunt, dass wir es so schnell geschafft haben. Ich hätte niemals gedacht, dass wir es so schnell schaffen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir einfach Folge 99 haben. Ne? Oder 98. 95. 96, 97, 98. Wir sollten eigentlich 99 haben. Vor einer Stunde habe ich angefangen aufzunehmen. So. Also ich bin sehr überrascht, wie das gelaufen ist. Bis jetzt. Die letzten drei Wochen. Wir haben in drei Wochen 100 Folgen hinbekommen. Bei The Forest haben wir glaube ich in ein paar Monaten erst 100 Folgen hinbekommen, weil ich aber da Pausen zwischendurch gemacht habe. Und hier mache ich das durchgehend. Nach der 100. Folge wird erstmal eine kleine Pause kommen. Eine Minecraft Let's Play Pause. Da werden vielleicht Smash Let's Play kommen. Oder ich wollte das Projekt mit The Redstone Channel hier auch noch weitermachen. Und das wird dann jetzt auch eigentlich mal hoffentlich kommen. Man feiert Blue Creeper. Also ich einjähriges Jubiläum. Und ja, das ist zwar erst in der Woche, aber wird schon, na, das wird schon, ne. Vielleicht, äh, mal gucken, ob ich mich in Game 4 2 treffe. Aber momentan erreiche ich die überhaupt nicht. Nicht mal auf Teamspeak, nicht auf Skype. Ja, das ist blöd. Aber egal. Das macht jetzt auch nicht so viel. Vielleicht produzieren die für einen eigenen Channel. Wobei da jetzt momentan nicht viel kommt oder kam. Seit die letzten Monate. Na, egal. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Die letzten 99 Folgen lang. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir nur in Folge 99 haben. So sicher bin ich mir nicht, aber... Na, aber es ist schon... Wir sind schon weit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns Folge 100 wieder. Macht's gut. Ciao. Wo ist denn der... Wo ist denn die Sonne? Alter, hier gibt's... Ciao. Ich mach's nicht so lang wie letztes Mal. Bis zur anderen Folge. Ciao. Ciao.